Wir von B2Soccer gehen regelmäßig in unsere Mittagspause laufen, um was für unsere Gesundheit zu tun. Im Moment nehmen wir an der Corporate Health Challenge teil. Das ist eine Schritte-Challenge. Und da fällt es uns noch leichter, selbst bei Regen und drei Grad laufen zu gehen, weil wir damit die Stiftung Kinderherz unterstützen mit ihrem Förderprojekt der Uniklinik Münster für Kinder mit angeborenen Herzfehlern. Wollt auch ihr die Stiftung Kinderherz mit einem kleinen Beitrag unterstützen, dann geht auf www.stiftung-kinderherz.de und informiert euch.